Wut nacka? Wach auf, PS mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Okay. Ah, ich hab den noch. Oh fuck. Au, au, au. Wo Deckung? Na komm. Alter. Hier kommt ja keiner zu Ende. Oh fuck. Alter. Wie soll ich denn hier rauskommen? Komm. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh nein. Von wo? Von wo? Boah. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Viel hier gerade. Ah fuck. Da komm ich nicht dran. Die beiden sind schon mal down. Der auch. Okay. Okay. Das war mehr als geplant. Wo ist denn dieser Kackhubschrauber? So. So bin ich. So bin ich. Ich doch. Alter, der hat sich nicht mehr gedeckt. Und was war da über mir ein Sniper? Oder warum war da jetzt auf einmal so ein rotes Lasergedöns? Alter, wie mach ich das denn? Wach auf, wir sind mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Alles klar, ich hab ihn. Persönlich, das weiß du noch. Okay. Aufwacht. Okay, okay, okay. Fuck. Scheiße. Boah ey, das ist aber echt schwer. Ich kann sowieso, äh, Shooter mit, äh, Stick geht bei mir gar nicht. Hab ich noch nicht erwähnt, aber sollte auch mal gesagt sein. Wach auf, wir sind mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Alles klar, ich hab ihn. Was? Wie mach ich das denn? Wie mach ich das denn? Ich kann jetzt erstmal hier rüber rennen. Um so dem zu entgehen, auch von mehreren Fronten angegriffen zu werden. Okay. Oh man, hast du das gesehen? Was? Was? Fuck ey. Dass das so ne gute Idee war? Scheiße. Was? Wo kommt der denn her? Okay. Dann geh ich mal hier rauf. Oh, der hat den Kopfschuss noch mitbekommen. Vielleicht mal mit der Pistole. Nein, 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 nein. Scheiße. Die kommen, wo kommen die denn alle immer her? Ich bin extra da hinten hingegangen, weil ich dachte, da kommt keiner mehr. Wach auf, B ist mehr Fickse am Anmarsch. Wie schlimm. Gänse Kinderhook. Schatz. Wie mach ich das denn? Oh, das war auf jeden Fall die beste Variante hier. Okay, ich lauf jetzt einfach mal. Gucken was passiert. Da versuche ich zu fliehen. Du musst immer mit dem Kopf durch die Wand, hm? Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. Wow. Das war der rote Strahl. Ich komm leider nicht höher mit der Kamera. Ich kann hier nicht, äh, gerade... Doch, jetzt. Okay, der ist schon mal weg für 10 Sekunden oder so. Jetzt heißt es fliehen. Boah, ich hab mir wieder voll die Schrottkarre geholt hier. Na ja, was will man machen? Man muss nehmen, was man kriegt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gebt mir die Karre, gebt mir die Karre! Raus! Oh! Bitte! Hoffentlich werde ich weg. Wow! Ach, die waren alle dieselben Autos, oder was? Scheiße, wie werde ich den denn los? Alter Vater! Lass mich vorbei! Ey, der schießt mir immer mehr und mehr den Wagen kaputt. Wow! Vier Verfolger, ja? Vier Verfolger, alles klar. So, die nächste rechts. Ah, da kommt jetzt wieder einer von vorne. Oh, da hat's uns direkt rausgeschleudert. Aber ich brauche ein neues Fahrzeug. Mit dem geht's nicht mehr weiter. Okay, Jungs. Jetzt schießen die schon wieder auf meinen schönen neuen Wagen. Ich hab mir gerade gekauft. So. Weiter, 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 weiter. Da, da. Sollte ich vielleicht auch gucken, wo ich hinfahre. Da kommt ja schon wieder so ein Hayopi, oder was? Wo kommen die denn immer her? Ja. Wahrscheinlich hätte ich da unten ewig kämpfen können, ne? Ewig und drei Tage. Scheiße. Das war jetzt ne Falle, ne? Autsch. Alles klar. Komm schon. Wie soll man denn alle eliminieren, wenn die immer wieder kommen? Ja. Ja, natürlich sieht der mich direkt wieder. Die wissen einfach immer sofort, wenn man das Auto weg... Lol, der hat mir mein komplettes Ding hinten weggeschossen. Jaaa, genau. Leute, ich hab ein Fahrzeug kaputt gekriegt. Yeah. Ja, Bitch. Tut mir leid, ich brauch den Wagen. Fuck, den hab ich nicht genau getroffen. Und mein Handy ist leer. Wie krieg ich mein Handy wieder aufgeladen? Äh... Scheiße. Wackhaltsige Aktion vielleicht? Alter. Ah, ja, genau. Jetzt reicht's mir. Na, warte. 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 Warte, warte. Auch hier. Oh. Nein! Na? Der gibt aber auch nicht auf. Ich weiß nicht wie ich'n Helikopter zerstören kann. Wo bist du, hm? Wo bist du? Jawoll! Zisch ab! Puh! So! Das wäre erledigt. Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja. Ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen. Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja. Ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow. Die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay. Heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay. Ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Ich versuche leise zu sein und keine Geräusche zu machen. Ich weiß nicht mal, wie ich ausgesehen habe. Gut. Ich versuche nur vor und zurück und ein paar Mal in meiner Flasche eingeladen. Das ist ja auch nicht. Ich versuche nur vor und zurück. Ich versuche nur vor und zurück. Ich versuche nur vor dem Willis Tower gepostet. Hier wird ein paar Mal in meiner Flasche geben. Ich versuche nur vor dem Willis Tower gepostet. Ich versuche nur vor dem Willis Tower. Ist doch meins, ne? Danke. Halskette habe ich gefunden. Oh, Entschuldigung. Ich habe einen Zivilisten getötet. Na gut. Ich würde jetzt gerne irgendwie speichern. Aber irgendwie kann ich nicht speichern. Das läuft alles über Autosave. Geht leider nicht. Also es hat ein bisschen was von GTA auf jeden Fall. Sand im Getriebe. Oh. Kann ich das richtig sprudeln lassen? Oh ja. Wie geil. So. Mein Auto braucht mal eine Wäsche. Naja, das sieht jetzt gleich bescheuert aus. Physik-Engine bitte. Oh ja, komm. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helena? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht. Ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Okay, und genau hier werden wir einfach mal eine Pause einlegen und sehen uns dann... Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit. Dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich glaub weiter. Okay, also, ich mach jetzt einfach mal auf Pause. Ähm, genau. Ich werd jetzt hier einfach mal, äh, das erstmal dabei belassen. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn es heißt Let's Play Watch Dogs. Ähm, ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Es macht Laune. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt werden wir uns, äh, in der nächsten Folge dann einfach mal das Mädchen da hinten krallen. Und sage bis dann. Tschüss. Oh, almost Mädchen. Warum das? Ich hab ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauch keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte. Perfekt. Gerade gab's ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connelly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt löscht diese Daten. Ich bin DedSec, Aiden. Wir glauben an freizugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Ja, und damit verabschiede ich mich. Tschüss. Macht's gut.